Willkommen zurück zu Final Fantasy X Hat 10, ja passt ja So, haben wir denn so eine Lübel? Nochmal? Wir sind sogar ein bisschen schneller Zerauern 1021 ab hier Ups Gata und Loser reporting, Sir! Das ist die letzte von ihnen Das ist die letzte von ihnen Schön zu haben mit uns Los geht's Show me how to play Blitz Wait around, we'll have Sin beaten in no time Das ist das So, jawohl, Sir! So, was? Ein Spenden, Alter? Boah, WTF? So, ich pleite machen, komm, Taui Christi Eislanze Boah, das war's Was, will ich denn 10.000 gebe? Okay, so viel haben wir nicht Eislanze Feuerlanze Eislanze Oh, du Schlagkelze Ach, komm, tschüss, adios, amigus Hey, du bist ein Summoner Und ein Guardian, oder? Sorry for the inconvenience Thank you for your cooperation Kein Ding wieder I'm sorry, I can't let you pass I'm sorry, I can't let you pass Ach so Ich muss auch mal ein bisschen hingucken, was hier so sagen Lol, weit sind wir ja nicht gekommen Hm? Ach Ich verstehe Ich verstehe Maester Seymour Lass mich zeigen dir in das Zentrum des Kommandos Hold, ich habe eine Anfrage Ja, Frau Grace Ich brauche den Summoner Yuna und ihren Guardianern durch die Zentrum des Kommandos Aber, Maester Seymour Maester Seymour, Sir Do not worry I will take full responsibility Very well, they may pass It is done Oh, thank you, Your Grace Juna, it's time to go Oh, right Dann wollen wir mal Freunde Who does he think he is? He's a Maester Can I get used to it, yeah? Hm Ganz ehrlich, als 2017 Ach, 2017 Was rede ich da? Ich habe das Spiel gespielt habe und der Klo mit Dämonen der hier gerade war Ich komme auf seinen Namen nicht klar Ich wusste, wovon der Reinhard dass das übel zum Böse wichtig ist All hail Maester Seymour Seymour Ich weiß nicht Sir! Was ist passiert? Warum ist Maester Seymour zurück in den Crusader, eh? Sie benutzen Albed's Machina Sie violieren die Teachinge Even going against the Teachings They're willing to risk it for the greater good Waka I think Maester Seymour sees that too Lulu! Hmm I can only speculate Ask him yourself Ah Sir Oran It is an honor You would be most interested in hearing what you've been doing these past 10 years I've got nothing to say about it I see Sir Oran must be a great asset as a guardian You're crazy Please There's no need for formalities Excuse me Maester Seymour Why is your lordship presently present here Sir? Please Speak as you normally would Uh Isn't this operation against the teachings of Yevon? Aren't you gonna stop them? It's true I should However Both the Crusaders and the Al-Bed truly wish peace for Spira This Operation Miehen Was born From that wish they share Although it may be sacrilege to Yevon Their intentions are pure And I Seymour Guado The person Not the Maester of Yevon As a denizen of Spira As a denizen of Spira I wish them well in their endeavor But Using Machina That's bad, isn't it? Pretend you didn't see them Oh Beg your pardon, but That's not something a Maester should say Then pretend I didn't say it You're kidding From the first time I laid eyes on him I never did like Seymour But you know Some of the things he said that day They made a lot of sense to me And so And so Bubble Tea I made Bubble Tea I have a very, 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 very good friend Oh God We can get here To eat And the tea is just awesome And the tea is just awesome Excuse me, Lady Summoner Yuna? Yes The Command Center Maester Seymour requests your presence there, ma'am Thank you Machen wir, Digga Take that road to the Command Center It's not far We're still in the midst of preparations this way Sorry Ich hab hauen, ich hab hauen Fuck Oh, hier sind auch Gegner? Ja, lol Warte, bin ich abgezogen? Ach komm, die machen mich schnell Oh, ich hab den Stimmste Iron Der hat ja Blitzschwitze ich jetzt grad Was hab ich jetzt davon nicht gesehen? Ähm Ähm Ach, komm Oh, du gott Booyah 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 Hm, genau, weiter geht's. Was haben die für mich? Gar nix. Hm, direkt wechseln zu... Lulu! Sammeln... Wut... Wasser... Eis. Okay, wie geht der Scheiß jetzt hier? Ich hab's gemacht, einen rechten linken Stick links und rechts machen, aber... irgendwie ist da... nichts passiert. Oh, ist ja... So... Äh, Lulu ist fast... Nein, 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 das wollte ich machen. Den hier... Davon haben wir nämlich zu wenig. Oh... Oh... Müssen wir jetzt... Aufpassen auf sie... Wurde ist abgeschissen... Oh... 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 Was ist das, wenn der trifft... 72... Okay... Oh... 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 Wie hat sie überlebt? okay dann habe ich wohl auf den linken macht nix sind ja hier nur um zu lernen so alles und tschüss damit die auch energie wieder voll hat eine breitklinge direkt mal schauen was das ist für wenig ach schrott ich dachte was ich wollte zu dem der dann so rennt vielleicht gibt uns was so level up germany ist hier am start gib ihm feuer okay ich muss mal die waffe von ihm gleich verändern ein bisschen eis wenn wir das haben das schwert gar nichts hat uns gegeben so bruderherz da ist dies kälteschlag genau eisschwert we make in a fortune and you lad you welcome we make in a fortune and you have 100 am brotter und gar nichts mehr kaufen so spätscher und energie wieder voll bei jedem das freut mich schöner aufzug umweltfreundlich auf jeden fall auch auch jetzt sind die gegner schon stecker so ein zauberer da hinten ich habe das direkt abgeschissen das ist doch herrlich so 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 und der braucht eigentlich gar keinen blitz deswegen besser das ist mit dabei wie gar nichts weil sind die stadt gegen hitze hier monsterschön no problem so so Ach komm, machen wir noch schon einmal Eis, wenn sie auch ein bisschen AP bekommt. Lauf nicht weg, ich will doch nur was. Alter, ich bin am Sputen hier. Ja, 1000 Gil bekommen. Dankeschön. Boah, 10 Mann sogar finde ich ganz, ganz nice. Direkt platt. Ach, das freut mich immer. Schön daneben gehauen. Oh, 70 abgezogen. Boah, kein Kampfgeist. Ach, der ist stark gegen Eis. Aber nicht stark genug gegen Gift. So, dann. Oh, was ist denn jetzt los, Alter? Oh Mann. Zeitlieb. Schuss, reizen. Auf sich anfeuern. Anfeuern gleich. Auf jeden Fall hast du auf den. Windheb. Hast du es gebracht? Jawohl, es hat... Feuer, Blitz, Eis, was? Nimm mal Feuer oder Eis? Mach nur mal Eis. Sehr gut. Sehr schön daneben gehauen. Zeitlieb. So, Lolo, du musst jetzt einmal wechseln. Boah, 572. Ja, leckerli. Zaubern kann da auch nicht mehr. Aber das ist eigentlich leicht zu spielen jetzt. Ich bin auch drauf. Oh, blind ist ja nicht mehr, sehe ich glatt. Und tschüss. Klatsch. Das ist so geil, wenn die... Vor allem die Vögel so auf ihm abstürzen, wenn die abscheißen. Hat was. Oh, Nachtpower. Direkt mal gucken. Nachtpower. Blindschlag. Blindschlag. Mit Angriff plus drei. Session. Aber... Der Giftschlag, der ist so mega geil. Aber... Also ist automatisch blind, ne? Und wieder der... Ich glaub... Der hat die Schnauze einfach nicht voll. Direkt blind vor geil. So... Anfeuern. Wie Walker geklappt hat. Ja, läuft. Zieht doch schon viel besser und mehr ab. Wollte ich mal von... Mit dem Blitz. Hier zum Beispiel... Diesen Schwert einfach mit dem Blitz. Kann auch noch ein Blitz in die Flosse. Aber hier, level up. Mit Eis. Schwert richtig frei. Das sieht auch richtig nice aus, finde ich. Und tschüss, Bam. Und tschüss, Bam. Ja, das seid ihr wirklich... Wirklich... Ein Heilmittel... Halt alles. Jo... Mach's gut. Alter. Auf alle sogar. Was steht denn so wenig ab? Ach ja, Leute... Jetzt mal vergiss ich das. Der Stock ist gegen Eis. So... Ein Glück haben wir Yuna. Ja, ja. Immer die gleiche Leier. Ja, ja. Immer die gleiche Leier. Schau mir da, das Vieh. Schau mir da, das Vieh. Ich hab's gesehen. Ja, das ist wirklich nicht so. Ja. Ich hab's gesehen. Und jetzt nicht so schnell. Und jetzt nicht so schnell. Alter, warum wird der nicht blind? Ich werde den hier machen. Alles klar, ich wechs auf jeden Fall die Waffe zu Gift wieder. Finde ich besser. Zack, unvergiftet. Okay, Mari, der kann auch mal wieder rein. Unheil, wir sind Glück aller Gegner. Ah, cool. Ich hatte hier nochmal Analyse. Schauen wir mal Analyse an. Hä? Boah, was ist denn der los? Das ist ja auch blind. Hab ich grad gesehen. Boah. Der hat richtig gesessen. Tata Kratzeria. Boah, tausend. Gift ist schon was Feines, auf jeden Fall. Sooo. Oh, die sind auch wieder geheilt. Boah, der Fußmarsch hier, ne? Was ist das denn da für ein Pilz? Oh, der ist so richtig abgeschissen. Oh. Oh, der ist so richtig abgeschissen. so ganz schön hier wie immer heilen ich glaube zur Kiste hier vorne danke diesmal rede ich nicht, das ist eh glaube ich die gleiche nein ich wollte nicht komm spring hoch, geh weg, wie auch immer Lady Summoner Alter kurz vorm Aufzug ne sooo naja wo macht denn hier platt nein ich hab mich vertan, ich wollte Lulu gib ihm danke ach ne Runde schlafen gib ihm mal ein danke die anderen bekommen nichts, die sind am pennen glimmstab du 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 So, oben sind wir jetzt. Ja, thank you very much. So, heilen, heilen. Fast vergessen hier. Komm, wir gehen mal nach oben. Hä, nach unten? Wir sind nach unten. Ach so, wie in Kiste. Ja, sehr, sehr, sehr suchtreich. Schon wieder das Vieh. Ah, klafft direkt an, ne? Wette, zweimal? Hintereinander sogar. So ein Blit machen. Unheil. Ha, ha, daneben. So, holen wir die Yuna rein. Beschwerden wieder mal. Richtig nice. Also, der ist blind. Da machen wir direkt mal harte Tour. Wenn er mich nicht trifft, dann heißt das, ich kann ganz viel... Hä? Kräftart, einspielen. Sehr gut. One Griff. Aha. Schattenspiegel. Okay, blind ist er nicht mehr. So, du, Kuchen. Wir machen ihn einfach wieder blind. Und ich glaube, Yuna wird es jetzt den Rest geben mit dem Blitz in den Kopf. Und tschüss. Der war aber ein bisschen stärker, glaube ich, wie die anderen. Also, mehr HP gehabt. Das ist, wie es ist. Das ist, wie es ist. Das ist, wie es ist. Links. Machen wir erstmal stumm. Alle haben Penosie nicht. Ach, jedes Mal vergiss ich. Der ist doch, glaube ich, stark gegen... ...gegen Eis. Ach, toll, jetzt sind alle am Pen. Hallo, aufwachen. Sir Owen ist wach. Das freut mich. Und killen. Sehr, sehr gut. Du, 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 du. So, jetzt, glaube ich, doch hier hoch. Da gibt es keine Kiste. Komm, dann geh mal hoch. Wir gehen wieder runter. Weil... Der Typ da hat 100 Probes für uns. Wo ist er? Wo ist er hin? Alter, soll ich jetzt warten auf den oder nicht? Wo ist denn der Kerl? Ach dann. Wo ist er hin? 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 Wo ist der Kerl? Wo ist er hin? xD Wo ist er hin? Coi. Wie schnell er coolt durch unser Werk? Enough! Enough! No time to waste. Let's go! Ja, die Reise ist wirklich lang. So was hat der von uns? Wir hauen die... Boah, hau doch nicht ab. Nein, ich will speichern! Warum nur Sie, Herr? Ich will auch. Ordnungen sind Ordnungen. Ich bin kein Cadet mehr, Herr Herr. Ich gehe mit Ihnen, und ich werde es ihnen zeigen. Guardieren die Kommand-Center ist auch wichtig, Sie wissen. Aber ich kam von Besaid, um zu kämpfen, Herr Herr. Ich weiß, aber eine Ordnung ist eine Ordnung, zu Ihren Post-Krusader. Aber, Herr! So. Speichern. Äh, der Junge, der ist... ...Avgon. ...Avgon? Sie hat dich durch, oder? Hm. Gata... ...deserves besser. So, Herr Herr. ...Aber zumindest kein Wunscher, dass er sich verletzt. Warum Sie alle kämpfieren? Sie sind nicht das Allmöchte Albed-Machina genug? Sie haben noch noch ein paar Zeit, um sie zu vorbereiten. Unsere Arbeit ist, um die Szenung auf die Bedeinung, bis sie sind schon fertig. Wauka, ich kann nicht mehrmals sagen, dass ich das sagen kann. Es geht um deinem Bruder. Luzu, nein! Was? Ich bin derjenige, der ihn verletzt. Wauka! Das ist genug, Wauka! Ich bin mit deinem Bruder, ist gut. Aber zu halten, Sin zu weit entfernt ist besser. Wauka! 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 Untertitelung des ZDF, 2020